Man sieht der alten Dame die Jahre an, in die sie mittlerweile gekommen ist. 1934 wurde die 22 PS starke Feldbahn-Diesellokomotive von der Firma Jung gebaut. Nach dem Umbau 1953 war die Lok. Die erste Lokomotive der Parkeisenbahn Chemnitz oder früher eben der Pioniereisenbahn in Karl-Marx-Stadt war seit 1954 hier in Küchwald im Einsatz. Da leistete sie bis Anfang der 80er Jahre auf dem Rundkurs einen guten Dienst. Es wurde dann abgestellt. Dann stand sie viele, viele Jahre entweder im Lokschirm abgestellt oder jetzt die letzten Jahre sogar im Freien. Hat in dieser Zeit auch ihren Motor, ihr Getriebe verloren. Ist also nur noch als Schleppfahrzeug zu verwenden. Mittlerweile sieht sie nicht mehr sehr schmuck aus. Doch das soll sich ändern. Wir möchten sie jetzt in Zusammenarbeit mit der Werkstatt der Erzgebirgsbahn, dem Fahrzeug- und Technologiezentrum an der Emelienstraße, äußerlich aufarbeiten. Um sie dann unseren Besuchern spätestens zum 70-jährigen Jubiläum, was wir 2024 feiern, präsentieren zu können. Die Aufarbeitung erfolgt im Rahmen eines Lehrlingsprojektes. Am 26. Januar wurde die alte Dame im Bahnbetriebsweg der Parkeisenbahn auf einen LKW verladen, mit dem es anschließend zum Fahrzeug- und Technologiezentrum der Erzgebirgsbahn ging. Wenn die Lehrlinge sie auf Vordermann gebracht haben werden, stehen für die Lok keine großen Fahrten mehr an. Nein, jetzt erst mal nicht. Ist wirklich nur als Ausstellungsstück vorgesehen, dass sie wieder ordentlich aussieht oder einmal auch in dem Zug auf dem Rundkurs präsentiert werden kann. Zum Beispiel, wenn die Parkeisenbahn Chemnitz 2024 das 70-Jährige bestehen feiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017